Oh, mein Feiner-Boy! Uri, ist es warm draußen? Ist es warm draußen? Ja, so warm ist es draußen, ne? Also, heute ist der erste warme Tag in Deutschland. Beziehungsweise erst richtig warme Tag. Wir hatten einen sehr kalten Frühling. Und heute soll es 30 Grad werden. Und deshalb habe ich gedacht, nehme ich mal meinen kleinen Schatz hier und wir gehen und üben schwimmen. Weil der Uri eigentlich sehr gerne im Wasser ist, aber noch nie wirklich geschwommen ist. Und deshalb, wenn wir irgendwo hingehen, dann muss ich halt mit ins Wasser. Und das ist im Winter oder in so einem kalten Frühling wirklich schwer. Deswegen haben wir gedacht, heute nutzen wir mal die Zeit und fahren mal ein bisschen wohin, wo wir schwimmen können. Schwimmen können! Genau! Und das machen wir heute. Er möchte unbedingt schon losgehen. Okay! Dann lass uns gehen! Wo gehen wir hin? Wir gehen nach ganz hinten, wo tiefes Wasser ist. Oh! Hier ist normalerweise Wasser. Oh oh! Ich hoffe, da ist jetzt heute auch Wasser. Wow! Die sind endlich angekommen. Und hier ist auch ein bisschen tieferes Wasser, wie man sieht. Da vorne war so wenig Wasser. Ich hatte richtig Angst, dass wir gar nicht wieder hingehen können. Oh, hier ist es wie ein kleines Bambi. Schon am Trinken. Ist es gut hier? Ja? Au! Oh! Oh, ist es geil! Oh, ist es geil! Au, ei, au, ei! Ich dachte, es ist ausgehalten, aber es ist nicht ausgehalten. Ich lass mal meine Schuhe an. Na komm! Oh! Oh, ich sehe das noch mal. Das ist meine. Komm her! Das ist ein Schuss, Mann. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Komm her! Sehr schön! Super! Super gemacht! Wow, super gemacht, ganz fantastisch, ja fein, fein, das war's, jetzt hat er schon keine Lust mehr, es ist schon so, ok, das reicht jetzt, das war druselig, ich gehe nach Hause, schon wieder auf dem Weg nach Hause, komm zu mir, komm, du schaffst das, ja fein, fein, noch weiter, schau, du schaffst das, nein, zu gruselig, hier komm, und ich bin wieder alleine, Ohri, wo bist du, kleines Monster, bist du ein kleines nasses Monster, Oh, mein Popo ist nass, oh, oi 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 oi, Stehen wir hier und halten Händchen. Ist auch okay. Nein? Nicht Händchen loslassen? Wenn wir ein bisschen runtergehen. Ist mein Pupo ganz los? Ah! Eieiei! Ja. Ganz, ganz schöne Schmetterlinge, ne? Das hast du sehr, sehr schön gemacht, mein Schatz. Nochmal? Nein? Nein! Heute ist es nicht schwer mit Schwimmen. Okay. Wollen wir zusammen runter gehen? Ist das okay? Ja? Okay. Dann bleibe ich jetzt kurz so. So schöne Libellen. Oder Schmetterlinge? Nein, das sind Libellen. So schöne Libellen. Okay. Okay. Also heute möchte sie nicht mehr schwimmen gehen. Bist ihr sicher? Ja, ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich lass dich nicht los. Guck mal, ich hab dich hier. Guck mal, da sind ganz viele kleine Fischchen. Ganz viele kleine Fischchen. Ja, okay. Super! Ja! Ja, fein! Ja, fein! Ich glaube, Uri ist ein bisschen erledigt. So ein nasser, nasser Popo. Sehr gut gemacht! Sehr gut gemacht! So, jetzt machen wir noch einen Versuch. Und dann gehen wir wieder nach Hause, ja? Komm! Ja! Fein! 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 Sehr gut! Fein! Erne, ich komme hier! Komm zu mir! Wow! Sehr gut! Fantastisch! Wow! Sehr gut gemacht! Super! Das wäre ja super! Das war super! Ja, ich weiß, das war ein super Abschluss war das. Alles gut, so viel hast du dich getraut heute. Ein fantastischer Boy. Dann lass sie jetzt nach Hause gehen, ja? So einen tollen Abschluss, ja fein, ein fantastischer Boy. So einen tollen Abschluss. So einen tollen Abschluss.